moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr auf der karte firebase z das caffeine easter egg macht bzw das free juggernaut easter egg mit der free waffe und zwar leute begebt ihr euch hier hin wo ich bin aktiviert erstmal den strom schalter ganz wichtig dann schießt ihr diesen teddy ab leute schießt paar mal auf den teddy bis der teddy euch einsorgt und teleportiert wenn ihr das dann gemacht habt dann sorgt der teddy euch ein und ihr teleportiert in so einer dunklen welt was ihr hier machen müsst leute auf jeden fall überleben und ihr müsst den teddy abschießen das ganze macht ihr dreimal also ihr sucht immer wieder den teddy und schießt den ab und wenn ihr den dreimal abgeschossen habt dann droppt er die kiste so leute wie ihr seht ist jetzt hier vorne die kiste und wenn ihr die auf macht dann kriegt ihr wieder euren schrott den jugger und eine waffe das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein leichter schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal